ARD Text im Auftrag von Funk Herzlich Willkommen Ja ok, Herzlich Willkommen zum fünften Folge Folge von, ähm, wir sprechen einfach zusammen Von Far Cry 3 Ja, Koop Koop, ja, genau Wir gehen weiter hier, ähm Der Fail beginnt schon mal am Anfang Ja, komm Das war kein Fail, das war Absicht, ne? Das war Absicht Ja, warum hab ich nicht volle Munition? Weiß ich nicht Ich auch nicht Gehen wir rein und räumen etwas auf Aufgeräumt Ich dachte cool, da hinten ist Sprengstoff Munition Auf 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 Oh Auf 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 Alter, leck mich, lad doch mal richtig nach was übrigens vergessen haben zu erwähnen der fleißen und übrigens auf das habe ich am anfang das let's place schon mal gesagt aber naja ja aber ich sag's gern noch mal also in dieser folge ich nehme auf weil ramspc schafft das nicht alles mit aufnehmen wird das ein bisschen knapp ja schafft es gar nicht das ganze hochzuladen ja und dadurch dass ich beides habe wenn ich da auf greife den konvoi an ich glaube er kommt gleich okay versteckt mich hier so hinter ist eine granate ich hab die granate reingeschossen das ganze ding ist explodiert und ist hochgeflogen alter von wo kam der von hinten natürlich der konvoi kommt von vorne die gegner von hinten links in dem gebäude wo du gerade vorbei gelaufen ist wie geil passen passiert eben noch kurz vorm sterben eine spritzerei und sofort wieder das top so geht's mir auch immer ich werde von maschinengewehren zersiebt und dann mach ich einfach mir zack ich mir ne spritz mit zuckerwasser voll jag sie mir in den arm und dann ist alles wieder gut und die nennen das schule ich bin down ich habe keine moni mehr und moni ist ganz in unserer nähe ich war es habe ich gerade hilfe ja ich komme ja gleich mit mit hinter dir hinter dir das ist toll was war in der effektion ey guck mal meiner macht nicht mehr da großartig liegen ihr seht schon ihr seht ihr den gegner auch seht ihr die gegner auch außerhalb des trucks ich bin schon wieder ich auch und was bitte? kann mir das mal jemand sagen? der schrottypi der hat mich auch der schrot hat mich umdreht siehst du dir und schrotelt ich auch um da ist das jetzt unser offizieller rettungsbeauftragter es ist noch nicht vorbei ja weil ich der bin der hier am längsten überlebt ich langweile mich schon wir haben da so ein riesen mg auf dem scheiß ding und gehen trotzdem runter auf mir ist ein hund helfe auf mir ist ein hund helfe auf mir auch auf mir auch total verarscht metro der Hund hat mich ich hab ihn ich lade nach kann nicht mehr jemand retten? ich bin auch da das geht's nicht das geht's nicht das geht's nicht das geht's nicht das lässt wir uns immer retten das geht der schießt das scheißfass vor mir an der schießt das scheißfass vor mir an das fass oh mein guad Oh man, ey. Oh man. Ja. Ciao. Und nochmal das Ganze. Dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Am wenigsten müssen wir nicht mehr ganz von vorne. Müssen wir das Ganze jetzt taktischer angehen. Also, Jungs. Konzentration. Metro, hörst du hier auf rumzuspringen? Alter. Du Aschnerv. Da sind sie. Wow. Fuck. Da oben sitzt übrigens ein Sniper. Ähm. Übrigens steht hier bei uns ein Feind. So geil, wie das aussah. Wir stehen hier zu drüben, auf einmal steht das zwischen zum Schwarzer. Oh mein Gott. Was? Der hat vier Rannaten gestuckt. Der hat Monotops. Ich wollte mir dann nur Munition holen. Heißt das. Da schießt die der ins Gesicht. Das ist sicher nur der Anfang. Da kommen noch mehr hinterher. Erstmal eine Spritze in den Arsch. Oh ja, in den Arsch. Metro geil. Oh yeah. Oh man. Kommt schon, Jungs. Ich bin schon wieder. Explosion. Ähm. Noch ein LKW. Den halte ich an. Ja, der ist kaputt. Ich liebe den Granatwerfer. Munition ist fast alle. Ähm. Ja, er wirft mal uns auf der Fench. Hinter, hinter mir. Hier, muss nachlassen. Was? Ich brauche Muni. Weißt du nicht, wo die Muni ist? Doch. Aber hier müsste ich erstmal, ich muss erstmal bis dahin überleben. Der Unterschied. Also, ich war gerade daran, hat mir Muni geholt. Ja. Schön. Ich auch. Äh. Auf der Hinterseite dieses Hauses gibt es auch Munition, ne? Na dann. Ja, echt. Was? Ah, okay. Da lebt noch einer. Ich weiß echt, wird noch ein Truck gerechnet, aber... Da kommt noch einer. Da kommt tatsächlich mal weg. Da kommt noch einer. Da kommen viele. Oh, hat das gesehen? Der Truck ist weg. Das wird langsam ums Fahrradkampf. Fahrradkampf. Das wird langsam ums Fahrradkampf. 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 Racketenwerfer drauf, Granatwerfer. Die ganzen gestauten NPCs Auto, NPC Autos, geben ein hübsches Feuerwerk ab. Also der Granatwerfer macht echt Laune. Ich glaube, ich nehme keine andere Klasse mehr, weil die Primärwaffe hat zwar wenig Munition und ist recht schwach, aber sehr genau. Hund, Hund, Hund. Auf, wer ist ein Hund? Hilfe, auf, wer ist ein Hund? Auf, wer auch! Oh, ich bin down. Ich werde mich down gehauen. Nein! Oh, ich wollte dich gerade retten. Und da haut er mich von hinten runter. Ach komm, nein. Nicht einmal von vorne. Racketenwerfer, du hättest mich doch retten können. Ich hab auf mir über einen Hund. Ja, ich hab den Hund abgeschossen. Dann bin ich aufgestanden, da hat mich der eine Typ down gehauen direkt wieder. Mit der Schrotflinte da. Wir schaffen die Mission nicht, bevor die Folge hier endet. 100% nicht. Wir schaffen die. Scheiße, nochmal von vorne. Na? Ja, klar, Rompter. Wir schaffen die. 100% schaffen wir die. Wir schaffen die ganz bestimmt. Mhm. Leather. Ja. Der Konvoi ist hier. Haltet ihn auf! Der Konvoi ist hier. Haltet ihn auf! Lade neu! No! Ich greife! Hilf uns doch! Hilfe! Das passiert, wenn du auf der Straße stehen bleibst. Ha! Ich bin auf dem Auto! Ja. Ich war auf dem Auto. Weißt du, du wurdest überfahren. Ich hab das Auto angeschossen, das hing explodiert und mir über mich geflogen. Und dich hat's direkt überfahren. Schön. Oh Mann. Schön. Ich hab doch gesagt, wir schaffen das nicht. Das war schön. Erstmal überfahren lassen. Ja. Habt ihr jetzt auf mit dem Granatwerfer scheiß? Du hast doch gesehen, das killt uns. Was? Das war das Beste in der letzten Runde. Habt ihr damit die Autos zerlegt wie nix anderes? Das zerlegt sich auch so, wenn ich die Fahrer rausschieße. Ja, aber... Guck. Ist viel lustiger. Toll. Die Fahrer waren schon tot. So ist der Granatwerfer geil. Du kannst damit einfach ne ganze Gruppe wegruhen. Und boah! Da kriegst du es aber nicht mal hin, einen Typ wegzuknallen. Hab ich doch gerade gesehen. Scharfschütze! Bleibt unten! Da ist ihm ein bisschen schlecht an, aber gegen Autos und so? Ich sehe den Sniper nicht. Und doch da! Ich bin fast leer! Hopp! Alles sauber! Schnell versorgen und wieder bereit machen! Was finden wir in meine Monet wieder? Oh, da war ein Dach. Was? Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall... Baut die Sache! Feste! Was ist das denn schon? Munition ist fast alle! Auto Leute Wird mehr drauf Ja, Ormfer wirft hier ständig Molotovs rum Ich hab keinen nicht eingeworfen Das war dieser komische Knechter Der hat mich nämlich auch angehört Oder Granaten, weil die explodieren Oder Ramthor hat mal wieder mit seinem Granatfeffer rumgeschossen Habt ihr gehört? Letzte Runde Ja, der haben wir Das ist ja mit nur 4 Autos Guck Das nächste Auto gehört mir mit meinem Raketenwerfer Okay Scheiße Auf wiesen Auf wiesen Auf mir auch Geile Geile Kaputt eh Shit die musikstress Achtung, ein Hund kommt da Oh, süß, wie der Gewältert am Ende Der hat gefieft Fetter Suck im Anmarsch Wo? Oh, da Erwischt Tod? Erwischt Ne, und nochmal Ja Das reicht Ah, ok Machen wir die Beziehung geholt Ja Ja Na, endlich Kurz vor Folgenende Überhaupt keine MP5 Diese Diamanten sind weniger wert als deine Mutter Ohohoho Das ist mein Wort Das ist, äh So, und damit beenden wir jetzt hier Hier Das Äh Die Folge Dem Part Genau Wir haben die Worte gefällt Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschau Tschüss Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Also Das ist Das ist Was feit